Um euch einmal das grüne Herz der Insel, der neuen Insel Intercontinental Maldives zu zeigen, habe ich beschlossen, noch einmal umzuziehen, ein drittes Mal. Dieses Mal wohne ich in einer Beach-Villa und die ist umgeben von einem grünen Dschungel. Also das ist der reinste Wahnsinn hier. Und ich zeige euch jetzt einmal meinen Weg zum Strand von der Villa aus. Wir sind gleich da. Das ist der Raumblick hinaus.